So, hallo und alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge von ECHOS. Und ja, heute, das ist schon die achte Folge, ich starte schon mal, damit die Folge nicht allzu lang wird, weil das ist ja wieder mal so ein Zwischendurch-Video heute am Sonntag. Genau, am Sonntag kommt das jetzt. Ich nehme das Ganze natürlich schon wieder mal im Voraus auf. Ja, ist aber jetzt nicht so schlimm. So, ich habe gerade noch drei Folgen Timeline hinter mir, deswegen kann es sein. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr geredet, dass es jetzt hier nicht so viel von mir gäbe. Aber ich versuche natürlich trotzdem, euch so gut wie es eben geht zu unterhalten. Ja, ich lange kein Dingens mehr gehabt. Letztes Mal hatten wir auch zwei Folgen. Und ja, da gibt es heute halt mal wieder eine ECHOS-Folge. Das ist eigentlich immer ganz cool. Mal sehen, ich bin auch schon gespannt, wie lange das noch gehen wird, dass wir immer mal so zwischendurch ECHOS machen. Vielleicht machen wir das irgendwann auch mal regelmäßig, aber es lohnt sich einfach nicht. Weil, wenn man ja irgendwie alle zwei Tage dieses Spiel sieht, das ist dann auch irgendwie nicht mal feierlich. Also, ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie nicht so geil, die Vorstellung. Na komm, ich will die Scheiße haben hier. So. Aber es macht mir eigentlich ganz gut Spaß hier. Das Spiel ist schon ganz... Ja, am Anfang ist es noch nicht so, aber... Später wird es dann halt ziemlich stressig, aber damit kommt dann auch der Spaß mit dem Stress. Da merkt man gar nicht mehr, wie schnell die Zeit vergeht. So. Ich müsste eigentlich auch mal das folgendermaßen machen, dass ich von den ganzen auch scheiße... Ich dachte, das ist ein Bonuspunkt. Scheiße. Mann, ich bin auch dumm. Ähm, ich müsste eigentlich auch mal von den ganzen anderen Spielen, also auch die wir bis jetzt gespielt haben, wie wie... Äh, Lost Identity, Pirate World, Flatter 2. Da müsste ich alles mal die Webseiten raussuchen von den Spielen und die in die Beschreibung packen, weil ich es bei Minecraft halt auch immer so mache. Und jetzt neuerdings auch mal reingeschaut bei den Spielen, da müsste ich es auch mal bei den anderen machen. Und auch hier bei Echoes halt... Da schaue ich mal demnächst. Oder zumindest auch einen Wikipedia-Artikel oder so hatte ich letztens auch bei Flow gemacht. Äh, wenn, wenn man da nicht unbedingt ne richtige Webseite findet, damit man sich einfach mal belesen kann, was ist das Spiel, worum geht's nochmal, so im genauen, weißt du. Das werde ich dann alles halt nochmal machen. Hoffe ich. Denke ich. So. Ja, jetzt haben wir wieder die gute Munition. Boah. Fast verloren mit der. Mist. Ne, den haben wir noch gekriegt. So, vor allem wenn man jetzt mit der Munition in so ein kleines Ding reinrannt, dann hat man auch schon wieder eine Stufe runter. Das ist irgendwie und... Dumm. Äh, unschlau. Also, weißt du schon. Unverteidhaft, was weiß ich. So. Mist. Da habe ich es wieder verloren. Aber da kriegen wir es wieder. Und da auch. So. Das wär's dann. Und, ach so. Jetzt kommen die Dämon wieder. Ja, komm. Hm. Oh. Mist, da bin ich jetzt wieder reingeflogen. Das ist immer so. Ja. Däna, däna. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ah, hilf. Oh. Danke. Nicht doch. Mmm. Mist. Komm, nehmen wir mal das da. Nein, hier unten ist sowas. Okay. Das ist ganz spannend hier eigentlich manchmal, wenn man halt weiß, worum es geht. Na, die Dinger gehen eigentlich noch. Huuuh. Mist, Mist, Mist. Früher bin ich bei diesem siebten Level immer rausgeflogen, aber jetzt geht's eigentlich. Ist voll chillig. Na gut, so chillig jetzt auch nicht, aber... Es geht halt. Nicht doch. Erschreckt mich nicht so, Junge. Hilfe. Hilfe. So, solange wir dieses komische kreisende Ding da unten nicht berühren, haben wir eigentlich ziemlich gute Chancen. Wuh. Wuh. Hilfe. Ich will dieses scheiß Leben haben. Mann. Na komm, machen wir's halt. Wuh. Die sind doch schon schwer zu scherstören. Das ist das Problem. Na komm. Ich krieg diesen kleinen Balter nicht. Doch jetzt. Ich guck auch irgendwie nie auf die Punkte, weil ich da sogar keine Gelegenheit hab. Könnte man dann vielleicht im Level 1 mal machen. Da geht das immer ganz gut. Uah. Hilfe. Alter, das ist langsam... Uah. Mh. Alter, wieso kommen mir tausend Sachen von der Seite? Das ist doch dumm. Komm, du bist weg. Okay. Hm. Ja. Da gibt's nicht mehr viel zu sagen. Da fehlen mir die Worte. Komm. Jetzt auch mal. Ah. Hilfe. Hilfe. Nein. Nicht doch von der Seite. Mann. Mann, 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 Mann. Hm. Ja, ja. Äh. Was ist da jetzt los? Hier kam jetzt irgendwie komisch rein. Ein bisschen Bucky. Hm. Alter, mehr als diese Munition kommt mir irgendwie auch nicht mehr, ne? Alter. Siehst du das hier? Wir kommen nicht weiter. Wir kommen immer wieder auf diesen Dreier zurück. Und dann der Dreier, der auseinander geht. Ja, komm. Kann doch mal was drin sein. Außer diese komischen Lebenspunkte. Die ihr kein Mensch braucht. Ach. Ähm. Ähm. Jetzt. Jetzt haben wir wieder das. Und gleich kommen wir wieder zurück. Wenn's irgendein Viech trifft. Siehst du? Ja, schon wieder. Wir kommen nicht weiter mal mit der Munition heute. Komm. Geh weg. Mann. Triff mir nicht. Hm. Jetzt ist er tot. Ah. Ah. Da, da. Hm. Ist geplatzt, das Ding. Ja, ja. Ist immer blöd. Hm. So. Muss mich halt gerade konzentrieren, deswegen kann ich nicht so viel reden. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen von Echoes ein bisschen mal ein Thema. Aber das kann ich heute alles nicht bringen. Wir kommen einfach nicht weiter von dem Strahl her heute. So. Wir kommen immer nur noch auf diesen Strahl hier. Guckt euch das mal an. Vielleicht schießt uns wieder irgendwas ab. So. Lebenspunkte zumindest. Siehste? Schon wieder der Strahl. Er könnte heute verrückt werden. Wir kommen nicht mehr auf einen höheren Strahl hier. Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Nein, ihr kommt jetzt nicht. Siehste? Wir kommen einfach nicht höher als dieser Strahl wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Ey, das ist ja lachhaft. Guckt euch das an. Wir kommen nur noch auf diesen beschissenen Strahl hier. Ja. Das ist echt dumm. Aber den verlieren wir auch irgendwie nie. Egal, wohin ich reinfliege. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist irgendwie total dumm. Nicht despawnen, bitte nicht despawnen. Haaa. Und ich bin gestorben. Ja, ganz toll. So. Wollen wir uns nochmal angucken langsam. Da bin ich da. Hat mir das noch geholt, den Strahl. Hat noch einen besseren. Und bin gestorben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon für diese Folge. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.